Sonnenschutz aus der Drogerie, ja da gibt es einige, die ich gut finde. Am besten gehen wir einfach mal zusammen direkt zum DM und gucken, was die so da haben. Das sieht ja leergefegt aus, egal, wir gucken, was da ist. Den benutze ich gerade, ist ein Favorit von mir geworden. Wirklich super seidiges Finish und der zieht richtig gut ein. Dann dieser hier, den mag ich auch sehr gerne. Eher ein Glowy Finish und sorgt für einen frischen Turn. Der Hype ist hier wirklich richtig berechtigt. Die Konsistenz ist super leicht und es spendet auch noch gleichzeitig Feuchtigkeit. Und dieses Produkt hier mag ich sehr gerne für zwischendurch, für die Lippen, aber auch für den Körper. Das waren aber noch gar nicht alle Sonnenschutzprodukte aus der Drogerie, die ich gut finde. Ich habe inzwischen schon echt eine Menge getestet. Wenn ihr wollt, kann ich euch dazu gerne mal eine Top Ten oder sowas machen.